Hallo, ich bin Godula. In diesem Video möchte ich dir meinen Online-Kurs Pelvic Centering vorstellen. Du hast die Möglichkeit, nach dem Anschauen dieses Videos erstmal in den Schnupperkurs, der aus drei Teilen besteht, hineinzuschnuppern. Dafür kannst du dich gerne auf der Liste auf meiner Webseite eintragen und dann kriegst du diese drei E-Mails mit den Videos zugeschickt. Ich bin Trainerin für Pilates, Yoga, Beckenboden, Rückenfit und all solche Sachen, die man für seine Gesundheit tun kann und habe relativ viel Erfahrung mit dem Beobachten meiner Teilnehmerinnen überwiegend. Und ich habe festgestellt, dass in vielen Pilates-Kursen, in die die Frauen kommen, um eben genau ihren Beckenboden zu trainieren, nicht so ganz klar ist, wie das mit dem Becken und der Ansteuerung und dem Einsaugen und so weiter alles so funktioniert. Das heißt, das intuitive Wissen um die Funktionsweise des Beckenbodens ist häufig verloren gegangen und wird ein leider auch selten wieder vermittelt. Pilates-Kurse in Vereinen sind häufig zu groß, um jetzt da ganz individuell auf die Bedürfnisse jeder einzelnen Teilnehmerin einzugehen. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich jetzt mal diesen Online-Kurs konzipiere und mit diesen vielen Wahrnehmungsübungen und der Wissensvermittlung die Basis schaffe, dass jede von den Teilnehmerinnen dieses Kurses dann in aller Sicherheit weiterhin den eigenen Sport befolgen kann, mit einer besseren Effektivität, aber auch die Täglichkeiten im Alltag, wie Treppe steigen, Lasten heben, Sitzen, längeres Sitzen, längeres Stehen, richtig macht und ganz im Nebeneffekt zu diesem aufgerichteten Becken und dem aktiven Beckenboden einfach auch eine schöne Haltung bekommt und auch ein besseres Körpergefühl insgesamt. Denn je mehr wir über unseren eigenen Körper wissen, umso mehr können wir ihn auch klug benutzen und je klüger ihn wir benutzen und umso schönere Erfahrungen wir machen, umso mehr Freude haben wir einfach an Bewegung. Ein kräftiger Beckenboden und eine schöne Haltung helfen dir, Rückenschmerzen loszuwerden und natürlich alle Probleme, die mit einem schlaffen Beckenboden verbunden sind, gar nicht erst zu entwickeln, abzuschwächen oder auch zu entfernen. Und durch insgesamt diese schönere Haltung und Aufrichtung bekommst du ein positiveres Lebensgefühl und gehst mit mehr Ausstrahlung und Kraft durchs Leben. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich für mein Schnupperangebot erstmal interessierst. Also klicke an auf meiner Webseite und melde dich an und dann bekommst du die ersten drei Videos kostenlos und ganz unverbändlich zugeschickt. Vielleicht sehen wir uns. Tschüss!